ja hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von reddit online ich habe mir den weg zu unserem lager markiert ich werde den puma mal dort abgeben weil sonst kriegt er da auch nichts mehr zustande ohne uns müssen halt immer ein paar sachen drinnen so bitter so jetzt los ein bisschen futter bekommen und galoppi galoppi da war nicht drin, jetzt ist es aus ja fährt an den weg so ich habe es geschafft der pummel ist ruiniert egal ich verstehe das nicht die 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 okay lieferort 78 dollar waren große klein wagenkopf 825 liefern liefern wir das jetzt aus wir haben 20 min wir können natürlich überfallen werden aber gut machen wir es da gibt geld 75 dollar oder so wir kommen unsere traumwaffe schon her ich höre jemanden ich habe keine zeit sorry ich habe keine zeit ein anderes mal ich muss meine waren ausliefern ich stehe bestimmt später auch noch da müssen waren ausliefern natürlich ja also wir werden es jetzt nicht immer machen wir werden schauen wenn wir etwas erleben dass wir es bringen aber ich werde jetzt nicht die ganze zeit mehr jagen wir werden uns auch mal um die hauptsache jetzt kümmern also hauptsache um diese schärfsachen wenn wir das mal abgeliefert haben und dann schauen wir weiter oh ja können jetzt die wahre stehen alles klar fährt lauf hoffentlich ist keiner um diese zeit mehr online ja nachts um zwei aber die können ja auch nur die wahre stehen wenn sie in der nähe sind können sie mich auf der karte sehen vielleicht müssen wir mal eine neue kutsche kaufen dafür wo zwei pferde drangehen und kapazität erhöht ist anstatt 25 wir haben so viel zu tun und es gibt ja auch immer wieder neue sachen die da hinzukommen also dieses spiel wird so schnell wahrscheinlich nicht auffallen vielleicht die hauptsache irgendwann mal ich denke es werden immer wieder kleine stories hinzukommen doch das sind wir nicht aber ist das so weit ich muss nur auf karte gucken oje ja geht sind wir da das pferd sagen ich nichts rotes sehe und die zeit ist auch noch gut so bisschen schneller emerald station mal sehen ob es da einen waffenland gibt ich brauche unbedingt waffen ein dollar lagerunterhalt ok es wird wieder morgen oder wird es nacht ich will bald ankommen wir sind jetzt fünf minuten mit der kutsche unterwegs sind wir da hinten schon da ne aber was ist das denn für ein Haus da aber nicht ablenken lassen weiter geht's weiter geht's oje weit und breit ein emerald station zu sehen wie ist das eigentlich im hauptspiel es wird geschossen im hauptspiel um um die banditen Ach, bis ich schiesse, ist auch schon Mühe weg. Er ist tot, er ist tot. Oh, ich bin tot. Langes Repetiergewehr. Oh, ich bin tot. Schmeiß ihn weg hier. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin tot. Was kommt denn noch? Ah, ein bisschen abgeschlossen. Darf ich die jetzt alle looten? Nein, stopp. Kann ich die nicht looten? Ich kann nicht looten. Whisky, warte. Wir müssen looten. Was mache ich denn? Ablegen. Looten. Falscher Knopf. Plündern. Das waren noch viele, viele, viele mehr. Wo sind die denn alle? Nur zwei haben sie mir gelassen zu looten? Ja, wie gemein. Also, nee. Schauen wir mal, was es gibt. Oh, ein Aufstiegsbonus. Eine Schatzkarte. Okay. Okay. Oh, ich will nicht Post aborten. Okay. Okay. Was machen wir dann? Ein Healer. Oh. Zu dem können wir gehen. Die Sachen abgehen, die wir geplündert haben. Emerald Ranch. Ja, genau. Was ich fragen wollte ist, ist das hier auch so, dass die Haare wachsen? Oder nur in dem Hauptspiel? Ist mal verkaufen. Okay. 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 Oh, Entschuldigung. Ahm, ja. Was hast du denn? Ach, Quatsch. Healer. Kauf. Hast du ein paar Waffen? Ich nenne es hier Messer. Waffen. Wurfmesser brauche ich nicht. Bohler. Was ist Bohler? Ach, ich will keine Wurfwaffe. Ich will ein Glücksspielerevolver. Glücksspielmotiven verziert ist. Ach nein. Kieferknochenmesser. Hammer. Jägerwurfbein. Oh, alter Tomahawk. Oh, Schiffverfolgungspfeile. Oh. Optikköder. Waffenöl. Schlangenöl. Starkes Schlangenöl. Oh, Schiffverfolgungspfeile. Schlangenöl. Starkes Schlangenöl. Okay. Ich werde mich jetzt nicht ausgeben. Und... Mal fliehen. Die Waffe reinigen. Oh ja. Okay. Waffen gereinigt. Ähm... Ja, die Köder habe ich mal genommen, wenn wir mal jagen gehen wollen. Ah ja. Der Heeler hatte nichts Großartiges. Und das, was ich haben will, der wollte nichts von uns. Da ist im Stall... Fremde Personen. Eine fremde Person hat einen Auftrag für dich. Ja. Hat einen Auftrag für mich. Äh... Ich würde aber gerne... Ködergeschäft. Ah. Okay. Hier will ich hin zum Büchsenmacher. Zum Büchsenmacher. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Büchsenmacher. Willkommen. Ich habe ein bisschen Geld. Büchsenmacher. Schönenmacher. Ach. Mh. Das ist auch alles. Ja, weil ich zwei, dreimal drauf geschossen habe. Egal. Und... Okay, wenn wir was Bisseres finden. Ja. Nein. Alte Waffe draus. Ich reite einfach auf das Ziel gerade durchs Grüne hier, soweit es geht. Ich dachte, das wäre was aus dem Stein. Nein. Hau nicht ab, wenn ich auf dich schieße. Pass auf, irgendwo ist noch einer. Da. Die nehmen die Haut mit. Egal, schlechte Haut, wir haben alle Garte. Gibt es hier einen Schatz oder so? Gischt oder so? Nein. Bist du besser? Nein, ich habe hier wohl sonst getötet. Oh, hier mein Alligator. Okay. Wo ist mein Pferd? Schildkröte. Wie kann ich die verstauen? Ableh. Was machst du denn? Was machst du denn? Sind alle gut. So, Schildkröte haben wir. Die Häuten, können wir das dann so mitnehmen oder? Nein, nicht aufheben. Sorry. Häuten ablegen. Ablegen. Ich habe es heute. Heute ist Y, sorry. Sorry. Nein, nicht aufheben. Ah, ich drücke mal falsche Knöpfe. Schmeiß das Viech hin. Plutsch. Ja, ist schlecht, aber kann ich das dann noch mitnehmen? Ja, ich bin mies, ich weiß. Aber es ist ja alles, alles brauchen. Heute ist genau. So, weiter geht's. Die tötte ich auch noch. Ich bin schuld, dass die Schildkröten hier auch sterben. Okay. Aber Moment mal. Wollen wir das denn jetzt alles mit uns schleppen? Das ist unser Lager. Da hinten. Schnellreise. Es gibt kein Schnellreiseziel hier. In der Nähe. Post. Stall. Ja, egal. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Schauen, dass wir jetzt eine vernünftige Waffe bekommen. Aber verliere ich alles, wenn ich Schnellreise mache? Ich denke, ja, ne? Hühner tötte ich jetzt nicht. Ich bin sonst ein Ärger. Ja, wie gesagt, wir brauchen ein besseres Gewehr. Dann können wir auch die Krokodile vernünftig. Töten wir wahrscheinlich. Oh. Da war ein Krokodil. Sumpfgebiet. Aufpassen. Manchmal kann man doch nicht so durchs Grün, wie man will. Pferdchen, warte, kriegst du mal ein bisschen. Gute Aufregung. Was ich machen könnte. Können wir unser Lager nicht? Ich bin in die Nähe. Ich bin in die Nähe. Irgendwo. Oh Gott. Sain-Denise. Und wo könnten wir unser Lager eigentlich hinschlagen? Bajun-Var? Lämonier war da. Okay. Dann machen wir das doch. Dann ist das leider doch bei uns in der Nähe. Bajun-Var, ne? Ja. Okay. Jetzt auf Karte schauen? Sorry, tut mir leid. Aber ich... Da ist unser... Ach, dann gehen wir doch erstmal da hin. Das ist doch eine gute Idee. Dann geben wir ihm die Sachen. Okay. Und dann gehen wir in die Stadt. Kann man gut jagen. Aber wir brauchen halt was. Eine vernünftige Waffe zumindest. Aber fertig. Nachher kann es sich ausruhen. Und dann gehen wir im nächsten Part in die Stadt und kaufen uns neue Waffe. Die Folge ist auch schon wieder sehr lang. Also, wir müssen sagen, wenn ihr meint. Nee, nicht so lange folgen. Man verliert sich einfach in dem Spiel, weil... Es ist ja irgendwie... Ja, wie soll ich sagen? Man... Sonst... wir müssen so viel immer machen okay ja haben wir ich würde aber sagen ich setze mich hier hin und beende den Part im nächsten Part geht es dann weiter wo uns eine Waffe besorgt weil ich gucke gerade auf die Uhr ja es ist schon ja wir haben nicht viel gemacht außer ein bisschen jagen und ja ein paar Kleinigkeiten die sehen ziemlich schmutzig aus jetzt sieht man auch ich habe die Augen voll ein bisschen verändert die anderen waren mir einfach zu hell ich rede schon wieder zu viel aber eigentlich wollte ich den Park beenden also vielen Dank fürs Zusehen Daumen hoch Kommentartipps und Tricks wie immer würde ich mich sehr drüber freuen und ja im nächsten Park geht es dann weiter bis dahin Adios bei mir ist jetzt ich kann es